99.000 abonnenten auf dem youtube kanal von rentenbescheid24.de mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren ich möchte mich bei ihnen allen bei allen abonnenten bei allen interessenten bei allen kommentatoren und kommentatorinnen auf rentenbescheid24.de recht herzlich bedanken wir haben 99.000 abonnenten auf diesem kanal eine unglaubliche zahl mit der ich persönlich überhaupt niemals gerechnet hätte dass so viele leute so ein großes interesse an unserem kanal haben an den themen die wir aufgelegt haben an den videos die wir aufgelegt haben deshalb freue ich mich selbstverständlich auch dann auf die kommenden 100.000 abonnenten das ist ja dann auch nicht mehr ganz so weit aber bis dahin ist noch ein kleines stückchen weg und ich verspreche ihnen 1 wir werden natürlich weitermachen mit dem thema rente mit dem thema auch ein bisschen gerechtigkeit zur rente mit dem thema inflations ausgleichsprämie für rentner und viele andere interessante renten themen mit mit besprechungen von urteilen wir gehen natürlich dann auch noch mal in die theorie ein bisschen rein und versuchen ihnen dann auch ein bisschen was zum thema rentenrecht auch zu erklären also meine damen und herren lassen sie sich bitte da lassen sie sich gespannt sein und voller erwartung sein es geht auf jeden fall auf rentenbescheid24.de weiter und ich freue mich wirklich riesig über 99.000 abonnenten auf diesem kanal und ich kann ihnen einfach nur sagen herzlichen dank dafür und wir sehen uns im nächsten video wieder und spätestens bei den 100.000 abonnenten näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel dann ist es eine 1.000 abonnenten bis zum thema